Hallo zusammen, meine Wenigkeit ist McRalph und ich habe nur 30 Sekunden Zeit, den Commander Krieger davon zu überzeugen, sein Next-Gen-Padawan zu werden. Nun gut, was habe ich denn drauf? Ich habe die letzte Stadt der Menschheit vor der sicheren Auslöschung beschützt, habe wochenlang allein im All überlebt, bin seit über 20 Jahren ausgebildeter Prinzessinnenretter, aber ich weiß, da geht noch mehr.